So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO, eine kleine XXL-Folge, denn ich habe ein Problem. Mein Beutel ist voll. Meine Pokémon-Box, meine Pokémon-Aufbewahrung ist immerzu am Limit. Ich habe sie schon nach 4.500 aufgewertet und erweitert. Trotzdem ist sie immerzu fast am Limit. Deswegen möchte ich heute mal ein bisschen aufräumen. Und ich möchte nicht noch heute aufräumen, ich mache da mehrere Folgen draus. Heute dreht sich alles um Shinies, dann müssen wir das Ganze noch mit 100% Pokémon machen. Vielleicht machen wir das Ganze auch mit legendären, wie auch immer, aber Shinies werden wohl den größten Teil beanspruchen. Wenn wir hier drauf gehen, sehen wir nämlich Schillern 2277. Wir gehen mal hier drauf, sodass es uns nur die Shinies anzeigt. Und damit das dann beim Verschicken nicht alles durcheinander ruselt, fangen wir von unten an. Klingt komisch, machen wir aber so. Wir fangen von unten an. Gleichzeitig möchte ich euch darauf hinweisen, dass jetzt hier Togekiss zu sehen ist. Denn Togekiss war das Pokémon, das Lieblings-Pokémon vom letzten Raid-Mania-Gewinner. Und weil ein Togekiss irgendwie so verloren aussah, habe ich jetzt da zwei hingeklatscht. Das sieht zwar jetzt auch nicht wirklich sehr gut aus, aber irgendwie besser als eins alleine. So, jetzt gucken wir uns mal im Prinzip meine Shinies-Sammlung an. Aber in erster Linie geht es darum, dass ich meine Shinies verschicke, dass ich meine Shinies lösche, dass ich Platz kriege. Und gleichzeitig werdet ihr aber sehen, welche Shinies ich alle habe. Ich sage ja immer, ich habe alle, außer das Restler-Pikachu in Shiny aus der GWL. Wenn ihr das habt, schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe es auf jeden Fall nicht. Wir haben hier zum Beispiel, letztens erst entwickelt hier das Gala Porenda. Ach, Gala Porenda. Gala Porenda zu Gala Lauchzelot. Haben wir entwickelt, Mautzinger hier, Barrikadax. Da sehe ich auch schon den ersten Kandidaten, den ich im Prinzip löschen würde. Und das ist dieses Ding. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Röhmhild getauscht. Molly, sonst was? Ist Lucky geworden. Ihr wisst, wie ich zu Lucky Shinies stehe. Barrikadax. Genau, Barrikadax heißt er. Barrikadax würde ich zum Beispiel jetzt rausnehmen. Ist als Favorit markiert. Machen wir mal weg. Ihr würdet jetzt alle sagen, Alter, bist du behindert. Aber ich mache damit ja eh nichts. Ich will die Shinies so haben, wie sie sind. Bei dem finde ich zum Beispiel ist es was ganz anderes. Das ist ein nützliches Pokémon, ein 98er. Da ist das Shiny gerade egal, weil das Shiny habe ich ja daneben nochmal stehen. Und versteht ihr das? Irgendwann wird man mich begreifen können. Jetzt habe ich dasselbe Problem hier aber mit Felinara. Wir haben ja einen Felinara, was letztens erst am Seaday kam mit Psychoschock, also einer besonderen Attacke. Wir haben Felinara hier normal und Felinara mit Blumenkranz. Das heißt, theoretisch bräuchte ich dieses Felinara auch nicht mehr. Deshalb verschicken wir auch dieses Felinara. Was habe ich hier? Jetzt habe ich Datiri, war ein Seaday-Pokémon. Da habe ich schon ausgemistet. Haben wir jede Form einmal drin. Den Rest muss so reichen. Dann haben wir hier den blöden Hasen. Ist kein Seaday-Pokémon, da kann man ruhig mal mehr aufheben. Wie viel hebt man jetzt davon auf? Sechs Stück. Das heißt, ich kann die hier weghauen. So habe ich jetzt sechs Stück und eine Weiterentwicklung. Falls doch mal irgendjemand irgendwie irgendwas tauschen möchte oder sonst was. Genes-Sekt, hebt mal auf. Hier Lucky Shiny. Von Legendären möchte ich ja aufheben. Generell Legendäre, gut drei Stück. Sind in Ordnung. Hier haben wir vier. Ein Sechser-Team würde auch passen. Haben wir auch wieder natürlich normal. Und einmal als Shiny Lucky. Das Ganze haben wir bei Viridium auch. Das haben wir bei Terrakium. Das haben wir bei Cobalium. Hier drei. Das ist auch in Ordnung. Da haben wir die Ameise. Bei der Ameise würde ich eins weghauen. Furnifras. Können wir auch ein paar weghauen. Wenn ich das nämlich jetzt so lösche, dann schiebt es sich unten weg. Und ich habe immer genau sechs Stück übrig. Hier. Das hat auch ewig gedauert. Geronimatz. Waschkabil. Ist auch leider eins Lucky geworden. Hat relativ gute IV. Aber ist ein Pokémon. Weiß ich nicht. Mit dem habe ich noch nie was gemacht. Ist bestimmt jetzt wieder eine Todsünde. Hau ich auch weg. Brauche ich nicht. Flunschlik haben wir da. Petsneef. Haben wir nicht so viele. Können wir da lassen. Klick. Ist die Familie voll. Kastatur sind ein paar. Die können wir lassen. Marmolita sind weniger als sechs. Lassen wir auch. Picochilla hatte einen Forschungstag. Picochilla finde ich jetzt nicht so cool. Das heißt, Picochilla werde ich wahrscheinlich zwei Stück weghauen. Auch bei der Entwicklung. Einmal hier fort. War das jetzt richtig? Wieso habe ich da zwei entwickelt? Ich weiß es gar nicht. Chilabelle. Haben wir einmal die Entwicklung. Haben drei noch so übrig. Mülltüte. Ist ja auch selten. Hat er keinen Seedate. Da lassen wir halt alle drin. Das ist auch sehr selten. Makabaya haben wir auch da mit Weiterentwicklung. Hier können wir was aufheben. Hier haben wir genau sechs Stück von Flampion. Wo ich mir gerade denke. Wo ist die Weiterentwicklung? Ich glaube, ich habe die noch gar nicht gemacht, oder? Ich habe doch keine Weiterentwicklung gemacht. Okay, dann müssen wir jetzt schnell die Weiterentwicklung machen. Hui, zack. Oder ich habe sie verschickt aus Versehen. Das kann natürlich auch sein. Weiterentwicklung ist am Start. Caradonis haben wir hier ein bisschen drin. Hier haben wir noch den Io Testo. Hier haben wir das dreimal. Praktibalk ist immer sehr beliebt. Davon haben wir auch. Das haben wir hier. Das ist auch hässlich. Aber gut, können wir mal drin lassen. Das können wir drin lassen. Dusselgur. Übertreibt es auch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dusselgur können wir auch drei Stück weghauen. Die anderen Formen noch übrig lassen. Der Hund können wir auch hier ein paar auswählen, ein paar weghauen, ein paar übrig lassen, dass das so passt. Nagelotz ist in Ordnung. Zerpifoy. Zerpifoy. Müsste eigentlich auch jeder haben. Ist ja auch ein... Zerpifoy. Wir sind erstmal bei Floing. Müsste eigentlich auch jeder haben. Normalerweise habe ich aber bei... Was habe ich vorhin weg? Bei dem... Der Thierry. Das ist ein Stardar. Stardar sind auf jeden Fall richtig cool. Das heißt, davon muss ich mehr aufheben. Bei Zerpifoy kann ich es aber wieder anders machen. Da kann ich ruhig... Ne, das ist ja wieder so. Wir nehmen mal das und das und hauen das weg. Und dann haben wir noch das und das übrig. Ungefähr so. Darkrai haben wir alles drin. Das können wir drin lassen. Das können wir drin lassen. Die... Können wir auch drin lassen. Das habe ich mal gepusht. Oh. Heatran hat einige am Start, aber es sind legendäre. Von den legendären kann man sicherlich auch nochmal was pushen. Obwohl, das könnte ich weghauen, weil ich habe ein besseres Lucky. Und nochmal tauschen kann man es ja nicht. Das heißt... Ach nö, das war das einzigste Lucky, was ich hatte. Gut, das Lucky ist auf jeden Fall weg. Alles sehr verworren. Jetzt muss ich nochmal von unten anfangen. Na, na, na. Das haben wir hier nicht. Dann haben wir dort. Dann haben wir das. Flecknoil. Dusselgur. Hohenfleung. Theoretisch eigentlich, wenn ihr den Lucky-Eintrag bei den legendären habt und die haben keine guten EV, dann braucht ihr die ja eigentlich auch nicht. Also eigentlich könnte ich ja unten auch nochmal welche rauslöschen, die schlecht sind. Die hebe ich aber auf. Das Palker 91 ist eigentlich relativ vernünftig. Hier mal ein 96er. Vielleicht pusht man die ja doch irgendwann mal. Dann sind die ganzen Sino-Entwicklungen da. Hier haben wir das gleiche Problem wie vorhin. Da haben wir GBL-Attacke. Da haben wir keine. Da haben wir Blume. Das heißt, das Zweite würde ich wieder rausnehmen. Genauso wie es dann bei Fully Purba ist. GBL, Nix und Blume. Das Zweite nehmen wir wieder raus. Janma. Janmega. Janmega brauche ich eigentlich auch nicht. Magbran brauchen wir eigentlich auch nicht. Da reicht eigentlich auch eins. Hier, was will ich mit einem 40? WP40er. Weiß ich nicht. Das nehmen wir auch mal raus. Das andere lassen wir aber drin. Dann machen wir so. Da haben wir ein Krypto. Da haben wir zwei davon. 98. Auf 1,5. Schneebedeck. Haben wir männlich-weiblich. Haben sogar drei weibliche und drei männliche. Haben hier auch männlich-weiblich in der Weiterentwicklung. Das heißt, die müssen wir alle drin lassen. Klibungel mit Mütze, ohne Mütze. Pjonscora. Sieht sehr gut aus. Die Meerschweinchen, wollte ich sagen. Die lassen wir auch mal drin. Knackrack. Ja, ich glaube. Kaumalad ist eins. Da müsstet ihr jedes aufheben. Da ist immer die Nachfrage da. Brunsel haben wir hier. Könnte man eins vielleicht wegschicken. Charmian. Da ist auf jeden Fall noch einiges. Zwei. Nehmen wir von hier. Und das und das und das. Und das auch noch. Da haben wir sechs Charmian, die fliegen. Haspiror. Aber da musst du jetzt wieder genau hingucken. Was hat. Was hat ein Kostüm. Was hat keins. Wenn man so guckt, hat gar keins ein Kostüm. Doch das letzte hier. Also das hat einen Blumenkranz. Das ist die Weiterentwicklung. Und dann müssten die sechs kein Blumenkranz haben. Das heißt, wir können eins davon auch noch weghauen. Und das hier mit WP 15 kann auch noch fort. Barmelin ist in Ordnung. Das sieht gut aus. Da sind drei. Da sind ein paar Scheinungs. Ist immer nett. Zepurze ist nicht so viel. Bidica. Bidica können wir eins. Nehmen wir das letzte, was wir gerade hier haben. Hauen wir es auch noch weg. Dann haben wir wieder C-Day. Da haben wir komischerweise wieder sechs Stück aufgehoben. Obwohl der eigentlich nicht so krass ist. Davon hätte ich ruhig mehr weghauen können. Da haben wir sechs. Da haben wir sechs. Ich habe, glaube ich, das alles schon mal durchgeschaut. Und schon mal ein bisschen aufgeräumt. 23,02. Ja, komm. Den pushe ich eh nicht hoch. Das heißt, der kann auch fort. Ein paar sind trotzdem auch getauscht. Da haben wir alles drin. 89. 89 ist an sich eigentlich auch nichts. Können wir auch weghauen. Ich hoffe, oder ich weiß nicht. Fehlen mir die dann alle beim Lucky Decks? Oder sind die, wenn die einmal eingetragen sind, trotzdem drin? Ich meine, im normalen Pokédeck seht ihr hinten trotzdem die ausgefüllten Bilder. Aber wie ist der Rest? Das leuchtet mir noch nicht ganz ein. Dann haben wir Tarnel. Tarnel hätten wir alle behalten können. Haben wir aber auch nicht so viel. Hier, Kindwurm. Werfen wir auch eins weg. Reichen auch sechs Stück. Perlu. Mein absolutes Hass-Pokémon. Hatte auch einen Forschungstag. Das heißt, da haue ich mal mehr weg. Da lasse ich jetzt drei Stück übrig. Oder hier. Das hauen wir auch noch mit weg. Ich kann es nicht mehr sehen. Wenn jemand immer fragt, was ist dein Hass-Pokémon? Nennt einfach Perlu. Perlu passt immer gut rein als Hass-Pokémon. Dann Zwirlicht. Haben wir auch einen ganzen Sack voll. Können wir auch alle hier anwählen. Könnten die alle weghauen. Die wir da nicht brauchen. Die andere Entwicklung ist weiter hinten. Banette. Banette. Hodensack. Hodensack kommt auch. Kommt, der ist auch viel gespawnt. Hodensack gab es. Wir lassen mal vier übrig. Lassen vier übrig, dass ich drei hätte und eins zum Tauschen. Das ist bei jedem unterschiedlich, wie ihr seht. Barsch war. Barsch war hat sich auch einiges angesammelt. Hatte auch einen Forschungstag. Aber unser Forschungstag war verkackt. Da gab es kaum Shinies. Erst danach haben sie die Rate angehoben. Würde ich trotzdem mal, weil es einen Forschungstag hatte, ein paar weghauen und auch wieder drei für mich. Eins zum Tauschen. Nimmelie, Pupanz, Schmerbe, Sonne, Mond. Ja komm, ein Mond weg. Wie die Sonne sich nicht benachteiligt fühlt. Das sieht auch gut aus. Hier haben wir wieder ganz viel. Ganz viel brauchen wir eigentlich nicht. Das heißt, wir hauen wenigstens das und das weg. Das hier hinten hauen wir wahrscheinlich auch weg. Und das hauen wir noch weg. Beim Rest bin ich mir unsicher. Ich glaube, das eine habe ich extra so entwickelt, dass ich es für GBL nutzen könnte. Das andere ist das Höchste. Das darf also bleiben. Hier haben wir auch einiges. Das heißt, das kann weg. Das und das und das. Knackleon, auch CD Pokémon. Das sieht nur viel aus, aber Pandja sind alles verschiedene Nummern. Die müssen bleiben. Spoink. Können wir eine Dreierreihe löschen. Die weg können. Weil mal. Ja komm, hauen wir auch zwei weg. Ne, wir wollen keinen Push machen. Wir wollen zwei Weil mal weghauen. Ich glaube, das Video, einige haben jetzt schon irgendwie einen halben Herzinfarkt oder so. Kann ich wann ja. Okay. Danke. Für deinen Versuch. Das Krypto lassen wir natürlich drin. Die anderen hauen wir weg. Großselia. Können wir ein paar weghauen. Heben wir auch sechs auf. Gab es damals ja bei der Safari Zone in Dortmund das allererste Mal. War richtig heftig auch geboostet. Hier können wir wieder drei weghauen. Hauen lassen sechs Stück drin. Wie sieht es aus bei den Ronen? Da können wir eins vernichten. So kommt ein bisschen Ordnung irgendwie rein. Oder auch nicht. Ich kann es nicht mal verschicken. Auswählen. Machen wir es halt so. So. Meditalis. Mediti. Nehmen wir eins. Hauen wir das eine weg. Stolunior. Oh mein Gott. Stolunior. Lassen wir auch sechs Stück übrig. Haben damals extra Stolos getauscht vom Bockwurst King. Mittlerweile können nicht mehr zehn Stück selber entwickeln. Hauen wir aber auch weg. 19 Stück für die Tonne. Gibt es auch gleich noch XL dazu. Flunkiefer. Hat eine mega Entwicklung irgendwann. Ist richtig cool. Zubiris sieht richtig cool aus. Lass mal drin. In Neko. Können wir zwei raushauen. Sechser Team reicht. Mako, Hita, Flurme. Sind genau sechs. Also beziehungsweise eigentlich sind es ja mehr. Ist natürlich vom Go-Fast. Ist halt heftig geboostet. Aber ist noch relativ neu. Ich glaube, die lasse ich mal drin. Da weiß ich nicht, wie schnell man da wieder welche bekommt. Bummels. Hm, sechs Stück. Trassler. Oh, Trassler sieht noch ein bisschen zu viel aus. Mit ein bisschen too much. Wisst ihr Bescheid. Waller Bruder. Und deswegen schicken wir da auch acht weg. Haben dann Pelipper. Wir haben hier die blöde Taube. Das ist eine Schwalbe, Ramses. Das heißt, wir können einmal hier. Wir können einmal da. Dann sind wir damit auch fertig. Huh, Krypto-Shinies. Wieso habe ich da eigentlich noch keine entwickelt? Das ist die Frage. Samurzel erst mal so weghauen. Wir hauen das weg. Wir hauen das und das und das weg. Und das und das und das und das. Da dürfte man nur die Krypto-Shinies übrig haben. Wir könnten ja eigentlich mal das erste nehmen. Wir könnten das durchentwickeln. Aufs Letzte. Können das Zweite nehmen. Das Zweithöchste. Können das entwickeln. Zu Planers. Jetzt haben wir noch zwei übrig. Das heißt, eins können wir weghauen. Wollen wir das machen? Dann drehen alle durch. Acht, Zehn. Komm, wir verschicken auch unser Krypto-Shiny. Reicht, wenn wir eins haben von jeder Sorte von der Familie. Hauptsache sechs normale sind da. Luturzel, auch absolutes Hass-Pokémon. Schicken wir auch mal hier weg. Luturzel hat aber, glaube ich, auch den Forschungstag gehabt, oder? Ja, Luturzel schicken wir nochmal drei weg. Ich glaube, das klingt gerade alles mega gelangweilt und total, aber irgendwie fühle ich mich übelst krank. Schnupfen, alles, sonst wie. Alles tut weh. Waumpel ist ein netter Kandidat zum Tauschen. Dadurch, dass du das nicht beeinflussen kannst, ob das dann hier zu Schalocco oder Panekon wird, wäre das eigentlich nett zum Tauschen, aber bisher hat noch keiner ein Waumpel von mir verlangen. Wir könnten natürlich ein paar entwickeln und immer gucken, was es wird. Und dann drei Schalocco, drei Dings, drei Bums aufheben. Das wäre auch eine Option. Wir lassen einfach mal sechs Stück drin. Ganz normal. Die anderen entwickeln wir mal. So, Panekon. Panekon, Panekon, Panekon. Schalocco sieht gut aus. Jetzt haben wir von jedem zwei. Noch ein Panekon. Noch ein Panekon und noch ein Schalocco. Ohne es ist Schalocco. Ne, waren glaube ich jetzt schon drei von jedem, oder? Drei davon, drei davon. Okay. Reicht. Das heißt, wir können von unten her jetzt hier welche auswählen wieder und können welche verschicken. Und zwar, die alle. Und das noch dazu. Da ist noch eins mit einer Mütze. Dann haben wir hier Gerardax. Zickzacks. Zickzacks. Aber einmal normal und einmal mit Hut. Das ist also nicht doppelt. Da haben wir drei. Die können wir aufheben. Der goldene Hund. Pfiffchen können wir auch. Theoretisch hier einiges verschicken. Pfiffchen. Golden sieht auf jeden Fall mega stark aus, aber es tauscht ja keiner mit einem, oder es kann keiner mit einem tauschen. Die, die was wollen, unbedingt. Die haben nichts für einen, oder sind nicht befreundet und es wäre mega teuer. Und andere, die sagen, sie haben selber alles. Sage ich jetzt einfach mal. Hydropi. Auch CD-Pokémon. Gehen wir auch mal hier rein. Tauschen wir auch mal hier was. Tauschen. Schmeißen wir auch mal was weg. Sechs Stück reichen. Reichen da auch. Flemmli. Reichen natürlich auch. Sechs Stück. Der Rest kann weg. Gekabor. Oh mein Gott. Die müssten eigentlich schon mega alt sein. Reichen auch. Sechs Stück. Rest kann weg. Dann haben wir hier. Oh oh. Weg. Lukia weg. Spaß. Die bleiben natürlich alle da. Suikun. Raikou. Die legendären, wie gesagt. Legendäre. Hebst du immer auf. Hier hast du Farbigel drin. Hier hast du Porygon. Was willst du mit den vielen Porygonen? Eigentlich nichts. Ich glaube, die Porygonen habe ich auch alle weg. Das ist, was ist denn das? Porygon 2. Wie soll ich so viele Porygonen 2 entwickeln? Ich weiß es nicht. Wen eigentlich reicht eins? Hunduster. Können wir auch drei weghauen. Panzer Aeron können wir auch. Drei weghauen. Da lassen wir alles drin. Hier machen wir auch. Das sind ja sechs Stück. Egal. Sneeble. Könnte man das Höchste nehmen und könnte es entwickeln. Aber so wie es aussieht, haben wir schon eins entwickelt. Sneeble ist auf jeden Fall ein schöneres Pokémon als Samurzel. Das heißt, bei Sneeble würde ich auch alle aufheben. Hast du nicht gerade gesagt, du hebst alle auf? Ja, von den Kryptos. Aber die normalen können weg, weil die sind sehr stark geboostet. Potrot 3. Hier 4. Da sind Snoopul einer, der weg kann. Oh ne, das ist ein 100%iges. Das müssen wir drin lassen. Tu mal den halt weg. Reicht. Jetzt habe ich trotzdem ein 6er Team. Onyx. Gorgler. Gorgler können zwei fort. Dann haben wir hier Dummiesel. Eins. Junge, Dummiesel, was ist los mit dir? Wir trinken Dosenbier. Nehmen das noch raus. Tanzer. Icognito. Da dürfte auch keins doppelt sein. Müssten alles einmalige Icognitos sein. Hier können wir wieder welche raushauen, dass wir wieder 6 Stück übrig haben. Kramurx. Das ist ein ganzer Schwarm da. Das sammelt sich auch, wie die Fliegen um den... Hm. Eines ist noch weg. Kramurx auch fort. Hier haben wir wieder das Problem. Wir haben einmal das mit GBL-Attacke. Einmal normal. Einmal mit Blumenkranz. Hau ich auch das zweite hier raus. Dann haben wir dasselbe hier. Müsste also GBL sein. Einmal normal. Oh, das kann eine Zuflucht. Jetzt habe ich das auch noch gelöscht. Braucht man nicht. Gut. Danke für die Info. Hier haben wir eins weg. Da, da, da und dort. Hat Felino auch vor die Tür gesetzt. Vorhin haben wir ja einen Mega gehabt. War zur Safari-Zone auch mega stark geboostet. Deswegen gab es da etliche. Weiß ich nichts mit anzufangen. Können wir weghauen. Hier hauen wir mal einen Sonnenkern noch weg. Dass wir da sechs Stück haben. Gribbel. Gribbel. Kannst du auch in die Tonne hauen. Obwohl ich das bei jedem sage. Vogelbaum sieht gut aus. Lass mal drin. Die Merrells sind am Start. Merrell hatte auch seinen Quest-Day. Dann gab es das aus der GBL. Hätte ich nie gedacht, dass ich mal Merrell wegwerfe. Damals auch teuer getauscht, damit man das alles voll hat. Woldilam sind sehr selten geworden. Wo ich damals alle weggeschmissen hab. Wahrscheinlich schon. Natu. Können wir noch zwei weghauen. Ähm, nehm, nehm, nehm. Pichu. Na gut, Pichu. Hat Welpenschutz. Da rühren wir eh nichts an. Ladybar. Reichen auch wieder sechs Stück. Rest kann weg. So, was haben wir hier? Visor. Visor. Können noch ein paar fort. Dann haben wir Kani. Kani Marni. Reichen aber auch. 24,99. Ja gut, das lassen wir mal drin. Kani Marni auf jeden Fall auch hier. Sechs Stück. Muss reichen. Feurriegel. Sechs Stück. Wie gesagt, da hab ich, glaube ich, schon mal aufgeräumt. Mewtwo. Hm. Das ist das Einzige, wo die Leute wirklich immer nachfragen, ob man da noch was da hat. Dratini. Würde ich, glaube ich, zwölf aufheben. Sechs, neun, zwölf. Kommen die unteren einfach weg. Hab ich selbst damals beim Dratini Seaday ein einziges Shiny bekommen. Das wäre heute total unvorstellbar, wenn du siehst, dass du am Seaday so 50 Stück bekommst. Dass es damals nur eins gab. Also die haben etliches geschraubt an den Seadays. Äh, Relaxo. Lassen wir mal alle drin. Capuno Ammonitas. Lassen wir mal. Hier kommen die ganzen hässlichen Porygon. Da kann noch einiges weg. Eigentlich könnte man, würde es reichen, wenn man drei aufhebt, weil es Seaday ist. Aber ich finde das Pokémon an sich cool. Ich finde die Farbe cool. Das heißt, wir heben ein paar mehr auf. Hier haben wir wieder Flamara, GBL und Jezior. Ich glaube, ich habe die extra gesammelt, damit die alle die Weiterentwicklung mit Zuflucht haben. Und jetzt habe ich die alle gelöscht mit Zuflucht. Und jetzt haben sie nur noch hier... Ich hätte die in Ruhe lassen sollen. Sehe ich gerade. Was haben wir denn hier? Zuflucht? Das Unlucky 777 mit Kranz. Kein GBL. Blitzkanone, Blitzkanone, Blitzkanone. Donner Blitz, Donner Blitz. Oh, da ist Blitzkanone, GBL. Auf jeden Fall kann ich die alle hier weghauen. Jetzt sieht es aber schmierig aus. Also einen mit Zuflucht, einen mit Blitzkanone, einen mit Kranz. Und noch einen mit Kranz. Ja, der kann auch weg. Die sind ja eh getauscht. Die wirst du nicht nochmal los. Dann hast du hier Zuflucht, 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 Siedewasser, also GBL, Kranz und nochmal Kranz. Das heißt, das Zweite könnte weg. Das ist eins mit Zuflucht, eins mit der GBL-Attacke, eins mit Kranz, noch eins mit Kranz. Aber das mit Kranz packe ich auch weg. Normale Evolis. Da musst du jetzt aufpassen. Was ist was? Was ein normales? Es ist auch alles normal. Irgendeins hat bestimmt noch einen Blumenkranz auf dem Kopf. Normalerweise guckt man da ja auch, ob ein Evoli Zuflucht hat oder so und hebt sich das auf. Aber irgendwann muss man lernen loszulassen. Da war eins, und zwar das letzte vor dem mit Partyhut. Da kann ich also ordentlich was wegschmeißen. Man muss sie ja nicht alle aufheben. Jetzt habt ihr das und das. Das heißt, ab hier kann es weg. Ich drücke aber lieber mal hier oben rein. Oder was macht man mit den vielen Evolis? Ich meine, jetzt hat es schon zwei Sea Days gehabt. Diverse andere Events. Bräuchten aber, wenn manche das noch nicht haben, trotzdem einen ganzen Schoß voll. Jetzt sind noch zehn Stück dann übrig. Das heißt, zehn Stück könnte ich trotzdem behalten. Labras hatte auch seinen Kampftag. Carbador liegt hier in allen Variationen. Oh mein Gott, 100%. Jetzt habe ich sogar auf Level 40 gepusht. Das lassen wir mal drin. Dann nehmen wir noch einen Sechserbündel. Sonst ist er hier, glaube ich, nichts Gutes dabei. Können auch alle fort. 30 Stück von den Carbadoren weggehauen. Tauros drei, Pinsir vier. Magma sechs. Elektek sechs. Sechs Sichlor, okay. Aber Pandimus übertreibt es wieder. Pandimus weg. Hauen wir auch sieben fort. Ist ein bisschen langwierig, ich weiß. Was haben wir noch? Sepa. Dann haben wir drei. Auch Kangama. Das ist sehr schön. So Tauch rauspasst das. Da drei, da drei. Hier habe ich trotzdem eins weg, weil es so besser aussieht. Da haben wir sechs Stück. Dann haben wir auch weniger. Vier, zwei. Vier, zwei. Nochmal. Uh, Voldo Ball. Ja, komm, Voldo Ball. Müssen konsequent sein. Das heißt, auch bei Voldo Ball trotzdem sechs Stück aufheben. Krabbi. War auch damals mega selten. Oh, nix. Kannst du theoretisch auch zwei weghauen. Gengar. Mit Kostüm. Mit Mütze. Und mit ohne irgendwas. Hast du sechs Stück so drin. Dann hast du hier einen ganzen Schwarm voller Nebulachs. Oh mein Gott. Da kann auch einiges weg. Das bleibt oben. Jetzt haben wir sechs Stück. Und den Rest können wir ruhig verschicken. So. Oha. Eigentlich hätte ich mal noch ein, äh, das höchste Nebulach entwickeln sollen. Zu Apollo. Dass ich dann noch ein höheres auf der Hand habe. Weil das ist nicht so hoch. Das hat einen Kreis bei... Drei Fünftel. Während hier der Kreis fast bis hinten ist. Muchas. Gracias. Nehmen wir noch eins mit. Was heißt mit? Wir nehmen noch eins raus. Bin jetzt wieder gelandet. Hier das kann noch weg. Schöne Farbe trotzdem. Dieses Orange sieht auf jeden Fall mega gut aus. Da haben wir weniger als sechs. Da haben wir auch weniger. Da haben wir weniger. Da haben wir noch mehr. Das heißt hier auch Magnetilo. Auch eigentlich sehr beliebtes Pokémon als Shiny mit einer schönen Farbe. Schön golden anzusehen. Deshalb können wir das auch ruhigen Gewissens jetzt hier wegwerfen. So. Was haben wir noch? Hier haben wir Lamus. Was ist ja so. Was ist so auch zu fangen gehabt direkt. Also auch ohne zu entwickeln konnte man das so direkt kriegen. Habt ihr auch das mit der Brille. Lassen wir mal sechs Stück davon so übrig. Und hier vorne haben wir eins. Sechs Stück. Da ist auch die Brille. Aber am Ende packen wir die also auch raus. Lassen davon sechs Stück drin. Davon. Hier. Lucky Shiny. Kann weg. Dann haben wir nämlich noch das und das übrig. Hier haben wir noch was übrig. Das heißt. Das packen wir noch weg. Und von den Pferdchen hier. Nehmen wir noch ein paar raus. Lassen wir sechs Stück davon haben. Die passen. Die sind wieder zu viel. Lassen wir hiervon auch sechs Stück übrig. Werfen acht fort. Haben dann noch die normalen. Von den normalen sind es schon sechs. Das sieht gut aus. Das ist auch weniger. Das passt. Maschomai. Maschok. Mascholo. Macholo. 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 Ist aber auch ein Seeday Pokémon mittlerweile. Das heißt davon können wir auch einen ganzen Schwarm wegwerfen. Damals auch sehr begehrt. Ich glaube eins habe ich auch mit dem Benni getauscht. Der hat sich da mega gefreut. Und viele wollen natürlich immer wenn sie Lucky Friends sind. Ah gib mir einen Shiny. Gib mir einen Shiny. Ich kann dann immer sagen. Ich habe keine mehr. Habe halt nicht so viel Glück mit Shinies. Deswegen habe ich keine mehr. Also sechs Stück. Das passt auch. Da das passt. Akani. Können wir noch einen loswerden. Das passt in Ton. Damals auch heiß begehrt. Jetzt fliegen sie alle weg. Die Eisbonbons. Da haben wir drei. Da haben wir das. Hier haben wir jenes. Das passt. Das passt vielleicht auch. Hier können wir eins noch entwickeln. So wie es aussieht. Zum Omot. Müsste jetzt daneben stehen. Genau. Hatte ich also noch nicht. Ansonsten der Rest ist nicht so viel. Kann man drin lassen. Zubat. Eigentlich auch eins meiner Lieblings Shinies. Wir werfen drei Stück weg. Man muss loslassen. Man muss loslassen. Haltet euch nicht fest. Pummel-Luf. Haben wir auch sechs Stück. Lassen wir übrig. Den Rest schmeißen wir weg. Knuddel-Luf bleibt am Start. Pipi. Sieht auch gut aus. Sieht mir sogar zu gut aus. So. Auch Pipi hier. Sechs Stück übrig. Und der Rest weg. Also von dem rosanen Zeug. Haben wir immer relativ viel Überschuss. So kommt es einem zumindest vor. Die blauen. Ist ja eigentlich auch Go-Fast Pokémon. Go-Fast Shiny. Aber hier unten noch mit Partyhut. Lassen wir mal so drin. Sieht von dem rosanen. Viel weniger. Weil das nicht Go-Fast war. Ähm. Was machen die hier? Die stören mich eigentlich schon immer. Das ist ein normales. Das ist auch ein normales. Das heißt. Das werfe ich mal weg. Das hat einen Partyhut. Das hat einen Blumenkranz. Das hat eine Wollmütze. Das hat eine andere Mütze. Und das hat diesen Festtagshut. Pikachu. Mit Ballon. Haben wir einmal. Und dann hier mit fünf Jahre. Haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wir haben damals eins verlost, glaube ich. Das heißt. Ich hau jetzt alle raus. Ich lasse eins drin. Für die Sammlung mit. Ging das nicht mal. So hier mit einem runterziehen. Ja. Dass man das so sieht. Normaler Ballon. Anderer Ballon. Dann haben wir hier das. Dann haben wir das. Dann haben wir davon noch welche. Ähm. Das haben wir auch. Doppelt. Beziehungsweise. Kann man das entwickeln? Ne. Kann man nicht. Schmeiße ich also auch weg. Obwohl die gerade selten sind. Die mit dem Kostüm. Aber meine Pikachu Sammlung soll klein bleiben. Immer eins drin. Hier mit Blumenkranz. Oh mein Gott. Ach komm. Die Pikachu lassen wir jetzt einfach mal aus. Bei dem Pikachu blicke ich nicht durch. Das ist mir zu kompliziert. Radfratz. Huh. Haben wir auch ein Sechser Team oben. Und hier noch einen ganzen Schwarm. Den wir weghauen können. Und die normalen. Sind weniger. Das passt. Taub sie. Jetzt geht es ans Eingemachte. Sechs Stück aufheben. Den Rest können wir wegwerfen. Darf ich glaube ich eins. Können wir einfach draufdrücken. Dann sehen wir es. Blieb da gerade nicht durch. Das müsste dann das kleinere sein. Das kleinere bekommen. Naja. Auch durch den Tausch. Ne. Dann kann das auch weg. So. Honlyu. 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 Sechs Stück aufheben. Obwohl. Vorhin haben wir die ganze Zeit drei gemacht. Weil es ja Seedate Pokémon ist. Mittlerweile bin ich nicht mehr so streng wie ihr seht. Also lasse ich auch ein paar mehr übrig. Bibor. Bibor haben wir auch mal weg. Raupi. Nehmen wir wieder welche auf. Die Kleinen kommen alle weg. Das sitzt in der Arena. Shiny Raupis verschicken. Seid ihr denn verrückt? Das ist ein Hunderter. Das ist was anderes. Das haue ich hier mal fort. Das hat eine Brille. Das nicht. Brille. Nicht. Das hat einen Cabby. Schmeiße ich auch weg. Brille nicht. Brille nicht. Aber ihm ist es auch wieder kompliziert. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das heißt. Alle anderen ohne Brille können weg. Was die sind. Die mit Brille. Hebt man eigentlich alle auf. Glumanda. Glumanda, Glumanda, Glumanda. Oh, Glumanda. Drei, vier, fünf, sechs. Hast du einen Hut? Keinen Hut. Da auch wieder alles auswählen. Alles wegschmeißen. Gab es einen zweiten Glumanda-Sea-Day? Ja. Sieht man das? Ja. Das hat einen Party-Hu. Das hat einen Visier. Das hat auch ein Visier. Und deshalb schmeiße ich die alle weg. Ähm. Das ist mit dem ganzen Glurax los. 2,8. Das habe ich, glaube ich, mal auf 40 gezogen damals. Das ist ein Lucky. Ach, das habe ich, glaube ich, hochgezogen für die Premiere. Für den Premier Cup. Ich glaube, da lasse ich lieber mal die Finger davon. Glurkanonade. Drachenklaue. Oh, das hat ja hier wieder Sea-Day. Also Legacy-Moves und so Zeug. Jetzt hier 3, 4, 5, 6. Auch dieser Samen das gleiche. 6 Stück lassen. Das hat Party-Hut. Das hat keine Ahnung was. Das fliegt raus. Das ist mir zu klein. Und das. Glütenwirbel. Dann kann das eigentlich auch weg. So. Und jetzt sind wir theoretisch oben angelangt. Und haben von 4.400 auf 3.800 reduziert. Beziehungsweise haben von 2.200 Shinies auf 1.600 Shinies reduziert. Das sind 600 Shinies, die jetzt geflogen sind. Die rausgeschmissen wurden. Und es sind immer noch genügend Sachen da. Wie gesagt, das Ganze kann man irgendwann nochmal machen mit den 100% Pokémon da aufräumen. Dass man mal zusammen durchgeht. Welches hat man auf 100? Welches nicht? Und wenn man welche doppelt hat, dass man die auch rauswerfen kann. Wie zum Beispiel hier sehe ich auch schon Honlyu. Reicht es, wenn die Familie voll ist. Das zweite mit 208. Das ist niedriger. Das kann dann raus. Das mit dem höchsten Level wird dann aufgehoben. Das mit dem geringeren Level wird dann also vernichtet. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles so schlau war. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch euch zu langwierig und zu lang war. Oder einfach mal interessant zu gucken, was da alles da ist. Und was man alles hat. Und was man alles verschickt. Vor allem die Hut-Shinies. Vor allem die Lucky-Shinies. Vor allem sonst was. Es ist trotzdem immer noch genügend da. Man hat ja nicht alles weg. Man hat ja ein kleines Polster aufgehoben. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen Platz wieder in meinem Beutel. Werde das mit den 100%-Pokémon auch noch nachholen irgendwann. Und ich würde sagen, das war es jetzt erstmal von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und damit auch die Frage geklärt. Ramses, kannst du mal alle deine Shinies zeigen? Ist ja auch gleich mit abgefrühstückt dabei. Und ich würde sagen, euch noch schönes Wochenende. Ciao. Wie ein Manns Haulwurf immer. Nein, peace out, Vorhaut. Euer... Och Mann, jetzt wollte ich auf den Raid. Dann waren es nur noch zwei Sekunden. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.